Ja, erleben Sie jetzt den ersten Showend. Was ganz Besonderes, wer noch nicht gesehen hat, auch noch nicht in YouTube oder wo auch immer, hier verborgen sein könnte, für mich das Beste, was das Tanzen so gut tat zur Zeit auf der Welt. Und der ist eine besondere Aufgabe. Was dieser Körper leistet, was dieser Körper auf kleinste Art von Musik bis ins kleinste Gelenk verbirgt, fasziniert mich jedes Mal wieder. Wir haben ihn schon seit Jahren des Öfteren immer wieder auf Showrechts gesehen, manchmal auch zusammen getroffen. Und ich hoffe und wünsche euch, dass ihr so verzaubert werdet, wie wir uns immer verzaubert haben. Er lebt den zweifachen Weltmeister und elfachen Deutschmeister im Electric Boogaloo mit seiner Emelie. Wir sehen uns zu Anne Poppenwood-Weller. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wollt ihr den Pecklis noch mal erzählen? Tja, dann kommt nächste Woche mit auf das... Okay, wir haben Glück gehabt. Er steht für eine weitere Show zur Verfügung. Die ist noch etwas länger. Ja, ich glaube doppelt so lang wird das, was jetzt kam. Und das erwartet euch dann um 0 Uhr. Das gibt Mitternachtsschmaus für euch. Bobby Gott. Bye! Er ist einer, der ist überall vertreten. Er hat mir eine kleine Karte gegeben. TV Total, UEFA Champions League, ZDF Fernsehgarten, Weltkanzgala, Daimler Chrysler, egal wo bei Bühnenshows. Er hat sechs Shows in seinem Programm. Und jetzt für alles zu haben, für Gartanswähler, Auftritte. Untertitelung des ZDF, 2020